heyo liebe leute und willkommen ich bin zurück irgendwie ja irgendwie bin ich zurück aber ich werde nicht auf diesen kanal hier zurück sein sondern es wird einen neuen kanal geben denn let's plays schaffe ich nicht mehr aufzunehmen beziehungsweise habe ich da einfach nicht mehr die 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 lust dazu das gefühl dass ich da bock drauf habe und ja ich zog es einfach nur für mich selber beziehungsweise zocke mit kumpels oder zock auch mit euch wenn ihr mir eine einladung schickt aber ich nehme es einfach nicht mehr auf ich möchte das einfach nicht mehr aufnehmen sondern ja es kommt was neues und was kommt das seht ihr in wenigen tagen beziehungsweise ich werde da noch mal ein kleines trailer erstellen was dann von meinem kanal kommt in diesem trailer da kommt auf den neuen kanal als begrüßungs video und den zeige ich hier auf diesem kanal um was es geht kann ich grob erzählen es hat etwas mit gaming zu tun an manchen stellen hat das was mit gaming zu tun an manchen stellen wieder nicht es geht darum dass ich eher in die richtung vlogs gehe aber das ganz große aber dahinter ist ich mache das nicht einfach mit einer stinknormalen kamera und fühle mich da selber nur mein gesicht und ja ihr müsst meine fresse dann ertragen die ganze zeit sondern es wird besonders und wie besonders das wird das wie gesagt seht ihr dann im trailer ich sag nur so viel ein handy was eventuell bewegungssensor drin hat könnte von vorteil sein doch wie gesagt wie es wird und was es wird das sind ja in wenigen tagen ich freue mich jedenfalls auf diese neue erfahrung die ich da mit euch teilen werde und ich werde euch damit auf einigen reisen nehmen in den vlogs das kann ich euch schon mal erzählen zum beispiel sind wir auf vielen märkten immer unterwegs und die werde ich da mal ein bisschen filmen wenn man so ein bisschen auf die reise nehmen was wir so die ganze zeit im privaten machen mit wir spreche ich meine partnerin mir meine familie allgemein oder wie sie mit dem hund unterwegs dann kann man so einige videos mal drehen damit wir sind auch zum beispiel das erste große video wird sein kann ich schon verraten die eisleben norwiesen in eisleben das größte oktoberfest mitteldeutschlands ungefähr und das war das erste ganz ganz große video auf dem neuen kanal wie gesagt kanal ist noch im aufbau deswegen gibt es jetzt noch keinen link den link gibt es erst wenn der trailer beziehungsweise das infovideo dazu da ist oder das begrüßungsvideo dazu da ist ich hoffe ihr habt da auch spaß da mit den neuen videos und ich hoffe ihr unterstützt mich bei den neuen kanal genauso wie ihr es bei dem alten getan habt und ja ich bin zurück wie gesagt neuer kanal alles wird neu alles wird anders aber ich habe euch versprochen ich komme wieder und ich bin wieder da bis dahin macht's gut und ja wir sehen uns jetzt